hallo liebe freunde und willkommen zu einer neuen Folge von SBA PUBG ja die letzte Folge ja ich dachte die wäre ein bisschen weniger gewesen an Zeit ja hatte aber 20 Minuten hab ich mir gedacht na ne hängst du keine neue Folge ran ist halt ein bisschen zu viel geworden denk ich mal ja gut wo gehen wir runter ist halt immer so die Frage ich geh einfach hier runter einfach mal so hier kommt doch kein anderer runter doch da hinten naja können wir eure Uhr lassen so doch da kommt noch einer runter oh Mist wo kommt denn hier auch ausgerechnet noch einer runter ist der schon hier landet? ne der landet gerade Mist 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 jetzt lande doch kann auch verjessen Das war knapp. Ich glaube er hätte jetzt nicht mehr werden können. Ein Hit. Ich hätte ja schon gerne irgendwas zum heilen. Aber man sagt nein. Du kriegst nichts zum heilen. Hauptsantraler-Rotzeuge. Ist aber ja nicht gut. Gefällt mir ja gar nicht. Ich habe ja schon mal. Ich habe ja noch einen Moment. Aber ich habe ja schon mal eine Minute. Ich habe ja noch eine Minute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Na gut, dann nehmen wir mal das Auto und verpissen uns. Würde ich mal so sagen, vielleicht dann nach oben. Oh, für Gottes Willen. Ja. 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 Alter, richtig krass die Spritze reinhauen, ey. Alter. Äh. Tja, die Frage ist, wo ist er hin? Fällt mir irgendwie nicht so, dass ich unwissend vor irgendeinem Typen weglaufe. Wollte ich weiß, wo der ist. Gefällt mir nicht so. Gehto ja. ich achte manchmal drauf nicht ob ich schon alles habe manche nicht gerade drinnen das sieht doch schon mal wieder besser aus aber ich habe halt immer noch ein paar Leute drinnen das sieht ja so Ich bin schon sehr dankbar. Oh Gott. Und jetzt kommt die Lappen, die wir hier haben. oh scheiße oh 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 Das ist ja gut. jetzt unbedingt er ist ja so hat er weiter wie viel für die ich weiß nicht wo er für rumliegt er ist er lächerlich wird 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 Ich habe den Auto. Die falsche Waffe. Nein, doch nicht. Ach, ein Schalter, das ist doch für eine Anfeuerwaffe, das ist ja schön. Oh, das ist so unfair. Das ist so richtig retarded gerade. Das ist doch nicht. Da geht tatsächlich ein bisschen aus. Geht das hier nicht hoch? Oh, das ist doch nicht hoch. 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 Jetzt ist so die Sache, ob ich die M16 nehme oder auf der hier bleibe. Ich lüfte noch so weiter. Ich fahre nicht mit dem Auto, das ist so risky. Ich habe komplett alles für eine Sniper-Rifle, um die komplett auszustatten. Ach, komplett. Von vorne bis hinten. Ein Schalldämpfer. Aber na gut, außer ein vernünftiges Visier. Das fehlt noch. Das ist ein bisschen schade, als ich kein vernünftiges Visier habe. Okay, das geht noch. So, ich habe zwei Minuten, um die ganze neue Serie zu looten. Das wäre zwar cool, aber... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 kann ich an der ich hoffe ich kann an der Zona lang zirkeln er schießt du mal da hinten so ich kann da nicht mehr einfach nur ist reichen dass dann Ich würde hier Lackzucker das war schon sicherste Weg verhalten Zwei waren da hinten Da oben ist einer Jetzt muss ich rennen Ich muss in die Zone Ich hab's ja nicht geschafft zum Scheiße Jetzt ist so die Sache Komm ich hier irgendwie Langsam der Zone Treppe steigt Das ist ja nicht normal Oh 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 Das hätt mir tot sein können Ach schön in den Sumpf legen oder was Ach du Scheiße Ich muss da drüber Ja das gibt's Hier muss ich nach hinten gucken Vielleicht liegt hier tatsächlich irgendwas drinnen Irgendwas Gutes Davor nicht Hier haben alle Visierer Da fucke ich aus Das wird das Schlimme sein Cap gegen Leute mit Visierer Deine Maus kann auch welche sitzen Ja da ist noch so gut ja Deine Maus könnte definitiv noch welche sitzen Ich hab's ja nicht in die Zeit In der Regel im Mir kann auch noch mal Dass die Sünder da sind Das ist ja nicht in die Zeit Bist du weißt Allerdings Ich hab's ja nicht in die Zeit Und das ist wir Ja da ist das die Sünder Und das ist das ist Ach, noch. Ich hab nur eine Blödengranate, das ist ja richtig gut von mir. Ich frage, was ich mir immer stelle, ob ich mich jetzt bewegen sollte oder nicht. Halt, ob ich laufen sollte. Ich hab mal ganz kurz hier meine Soundführer. Okay. natürlich kommt er denn von hinten hat es ist so lächerlich scheiße naja und jetzt sind nur noch vier da das ist doch kommen er der rüstet sich jetzt schon mit der sks außer da er hat auch nur schneller der wand es war nur ein absnäcker solche leute da kriegst die krise kommt von hinten von oben wo erst mal melden cheating ich hab den nicht gehört das ist lächerlich naja gut trotzdem bedanke ich mich fürs zuschauen wir sehen uns in der nächsten folge wieder bei let's play papschi bis dahin habt noch einen schönen tag und tschüss